Kapitel 11 Quintus Cantus Quintus war aufgeregt, sehr aufgeregt sogar. Heute war nämlich der große Tag. Er würde sich dem Vater seiner großen Liebe vorstellen, von Lucia Mario Secunda. Er würde mit ihrer Familie zu Abend essen und zum Ende hin hoffentlich um ihre Hand anhalten. So war es zumindest in seinen Wunschvorstellungen geplant. Leider war ihm ebenso bewusst, dass all dies eigentlich nicht realistisch war. Lucia war adlich. Ihr Vater war Gaius Lucius, derjenige, mit dessen Hilfe damals die germanischen Aufstände niedergeschlagen werden konnten und der nun eine nicht unbedeutende Rolle im Senat spielte. Er selbst lebte mit seinen Eltern in einer einfachen Schmiede außerhalb der Stadt. Sie hatten zwar sechs Sklaven, die ihnen im Betrieb halfen, aber das war absolut kein Vergleich zu dem Verhältnis, in dem Lucia leben musste. Er konnte es sich nicht richtig vorstellen, aber die mussten an die hundert Sklaven besitzen, zumal Gaius Lucius bekannt war als sehr gütiger Herr. Es hat schon einige gegeben, die sich freiwillig zu ihm in die Sklaverei begeben hatten, weil sie dann besser lebten als auf ihren armen Bauernhöfen. Auch wenn Quintus schon so viel gehört hatte und ihm Lucia auch versicherte, dass alles bestimmt klappen würde, war er unfassbar aufgeregt. Er hatte bestimmt eine halbe Stunde lang vor dem Spiegel gestanden und überprüft, wie die Falten seiner Toga lagen. Seine Mutter trat von hinten zu ihm und strich ihn beruhigend über den Arm. Höher kam sie nicht. Sie war klein und Quintus recht groß. Er überragte seinen Vater zwar nicht, aber seine kleine süße Mutter allemal. Das wird schon, Quintus. Glaub an dich. Du bist ein toller junger Mann und ich glaube, dass Gaius Lucius das sehen wird. Seine Tochter hat es doch auch gesehen, munterte sie ihn auf. Er grinste schief. Das ist ja auch der Grund, warum ich auf keinen Fall will, dass etwas schief läuft. Und das wird es nicht. Ganz bestimmt nicht. Jetzt los mit dir. Cyrus hat den Wagen fertig. Quintus atemte tief durch und sagte sich, Gut, das geht jetzt alles in Ordnung. Ich gehe da hin, bin freundlich und höflich, dann klappt das schon. Und heute Abend bin ich dann schon mit Lucia verlobt. Damit ging er vor die Tür, verabschiedete sich von seinem Vater, der ihm auch noch einmal zuversichtliche Worte sagte. Dann kletterte er auf den Wagen, der ihn zur Villa der Luciana bringen würde. In eben diesem Landhaus überwachte Lucius gerade die letzten Vorbereitungen. Er hatte schon mit den Sklaven aus der Küche besprochen, was es zu essen geben würde und achtete jetzt darauf, welche Zutaten sie genau nahmen. Dieses Mal würden die Gänge überwiegend vegetarisch sein, denn nach dem Besuch des Kaisers wollte er bei dem teuren Fleisch ein wenig sparen. Schließlich war er zufrieden und begab sich in das hauseigene Bad, um sich zu waschen und sich eine neue Toga anziehen zu lassen. Beim Herauskommen sah er Lucia, die etwas nervös an den Locken nästelte, die ihr die Sklavenin ins Haar gedreht hatten. Bei ihr wurde noch die letzte Schminke gemacht. Lucius trat hinter sie, wobei er darauf achtete, dass er den Sklavenin nicht im Weg stand. Du siehst wunderschön aus, Lucia, fast so wie deine Mutter, sagte Lucius und er meinte es ehrlich so. Vielleicht hatte er seine Frau niemals wirklich geliebt, aber er konnte auf keinen Fall leugnen, dass sie hübsch gewesen war. Nun, kein Vergleich zu Apollo, natürlich nicht, aber dennoch. Ein leicht verträumtes Lächeln schlich sich auf Lucius' Gesicht, als er an Apollo dachte. Vor drei Tagen war er aufgetaucht. Er hatte ihm gesagt, dass er Apollo sei und ihm alles erklärt. Es war ein Schock für Lucius gewesen. Erstens, dass tatsächlich ein Gott vor ihm saß und zweitens, dass er all die Jahre in einen Schlaf gefallen war. Lucius hatte ihm zuerst nicht so ganz geglaubt, doch als er näher darüber nachgedacht hatte, machte die ganze Sache sehr viel Sinn. Und als er es dann realisiert hatte, hatte er ein wenig Angst gehabt. Was würde Apollo nun tun? Was würde er mit ihm machen? Doch diese Sorge hatte sich schnell als unberechtigt herausgestellt. Apollo war genau wie Styrios. Eigentlich hätte ihm das klar sein sollen. Er war immer noch genauso freundlich und sanft, genauso geduldig und fürsorglich. Sie hatten sich geküsst, viele Male, und die Zeit miteinander genossen. Sie hatten beide festgestellt, wie wohl sie sich in der Nähe des Anderen fühlten. Lucius hatte sich endlich fallen lassen können. Er hatte die erhabene, verantwortungsvolle Art, die er sich mit den Jahren zugelegt hatte, ablegen können und für einen Moment lang er selbst sein können. Ein bisschen frei, ein bisschen naiv, ein bisschen unbeschwert. Auch Apollo war froh gewesen. Laut seiner Aussage tat es gut, mal von seiner Verantwortung wegzukommen. In dem Moment war Lucius erst klar geworden, wie viel Arbeit auch ein Gott haben müsste. Er musste sich um die ganze Welt kümmern, ihnen in gemäßigten Mengen Krankheiten bringen, damit es nicht überfüllt wurde, und er musste überall einen Hauch von Kunst hereinbringen. Grundsätzlich waren das alles keine schweren Aufgaben für ihn. Ein Fingerschnippen reichte meist schon, doch es war umso schwerer, den Überblick zu behalten und gleichzeitig auch noch Gebete entgegenzunehmen und über sie zu entscheiden. Irgendwann am Abend war Apollo schließlich wiedergegangen. Natürlich musste er zum Olymp zurück, das verstand Lucius auch, doch er fand es trotzdem ein bisschen schade. Umso mehr hatte er sich gefreut, als Apollo ihm sogar beim Styx geschworen hatte, wiederzukommen. Vater? riss ihn die Stimme seiner Tochter aus den Gedanken. Ah, tut mir leid, was hattest du gesagt? Lucia lachte. Ich hatte nur gesagt, dass es schön ist, dass du mal wieder lächelst. Das habe ich selten gesehen. Du bist zwar immer fröhlich, aber meist sieht man es nicht in deinem Gesicht, weißt du? Lucius senkte ein wenig betroffen den Kopf. Dass seine Tochter dachte, er sei immer fröhlich, gab ihn ein paar kleine Gewissensbisse. Er war fast nie fröhlich. Er tat immer nur so, damit sich alle um ihn herum wohlfühlten. Aber gut, jetzt hatte sich das ohnehin geändert. Schließlich hatte er das wohl Wichtigste in seinem Leben wieder und so etwas wie eine Absicherung, dass es nie wieder gehen würde. Schließlich war Apollo ein Gott, der gesagt hatte, er würde ihn lieben. Er hatte noch die Kette getragen. Lucius glaubte ihm. Nun denn, dann werde ich in nächster Zeit darauf achten, häufiger zu lächeln. Aber jetzt bist du erst mal dran. Bereit, mir deinen mysteriösen Verehrer vorzustellen? Lucia sah ihn entgeistert an. Papa, Mann, jetzt ist das doch total peinlich. Die junge Frau vergrub ihr Gesicht in ihren Händen, doch ihr Vater nahm sie sanft wieder herunter. Wir wollen doch die Mühe der Sklaven nicht zerstören. Dann ging sie zusammen auf den Hof, wo auch schon die anderen Jugendlichen warteten. Tiberius und Spurius alberten herum. Freya und Ziofra feuerten sie an. Ach, bitte benehmt euch. So klein seid ihr doch alle nicht mehr. Wenigstens heute für Lucia. Wies Lucius sie zurecht. Ein wenig enttäuscht schauten sie zwar, aber sie hörten auf. Sie konnten es ja auch irgendwie verstehen. Schließlich hörte man das Klappern der Räder auf der Straße, bevor ein Wagen durch das Tor gefahren kam. Er war mittelgroß, so, dass man gerade einige Säcke und Afforen aufladen könnte. Lucia trat nervös von einem Bein auf das andere, offensichtlich besorgt darüber, was Lucius dazu sagen könnte. Sie hatte bisher nicht erwähnt, dass Quintus ein normaler Bürger war. Doch Lucius hatte keine Vorurteile, von denen hatte er sich etliche Jahre zuvor abgewandt. Also strich er Lucia kurz beruhigend über die Schulter, bevor er auf den Wagen zuging. Aus eben diesen stieg nun ein junger Mann aus. Er war recht groß und hatte ein breites Kreuz. Seine dunklen Haare fielen ihm leicht in die hellbraunen Augen, sodass sie einen starken Kontrast bildeten. Er ging mit einem unsicheren und dennoch höflichen Lächeln auf den Hausherrn zu, streckte ihm die Hand entgegen und begrüßte ihn. Sehr erfreut, ich bin Quintus. Lucius ergriff die Hand, wobei er zu dem jungen Mann aufsehen musste. Freut mich ebenfalls, das hier sind meine Töchter, Freya und Siophra. Nun, Lucia kennst du ja. Dann hätten wir noch meinen Jüngsten, Spurius, und meinen Neffen, Tiberius, stellte Lucius die anderen Jugendlichen vor. Lucia schenkte Quintus ein strahlendes Lächeln, das sofort erwidert wurde. Die anderen nickten ihm zu, mit einem wissenden Ausdruck in den Gesichtern. Lucius schüttelte leicht den Kopf. Manchmal fragte er sich, wie vor allem die Zwillinge mit ihren 20 Jahren noch so kindisch sein konnten. Beim Abendessen herrschte eine recht angenehme Atmosphäre. Quintus schien begeistert von all den Sachen, die sie bei den Adeligen servierten, versuchte aber, es nicht so stark zu zeigen, was Lucia amüsierte. Sie überredete ihn, gerne von allem ein wenig zu kosten, was er schließlich auch tat. Später hatte er Fisch, der mit dem frischen Kräutern aus dem Garten gewürzt war, zu seinem neuen Lieblingsessen erklärt. Mit den anderen Jugendlichen verstand er sich gut, und auch Lucius fand ihn sehr sympathisch. Aus den Gesprächen ging hervor, dass Quintus ein sehr verantwortungsvoller junger Mann war, der schon einiges für sein Leben geplant hatte, wenn er dann von zu Hause auszog. Er wollte sich als Gold- und Silberschmied so viel Geld verdienen, dass er in den Cursus Honorum einsteigen konnte. Er wusste zwar, dass er keinesfalls alle Ämter schaffen würde, aber es war dennoch sein Traum, sich zumindest in einigen beteiligen zu können. Später, nach dem Essen, nahm Lucius Quintus kurz beiseite. Also, Quintus, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen du und Lucia eigentlich heiraten, stimmt's? Quintus nickte zögerlich und meinte, ich würde es sehr gerne. Lucia ist ein wundervolles Mädchen, ich könnte nicht ohne sie leben, und... Lucius unterbrach ihn schnell, denn er ahnte, dass Quintus jetzt in einer ellenlangen Plapperei verfallen würde, die davon handelte, wie gern er doch Lucia heiraten würde. Auch wenn er diese Rechtfertigung gar nicht brauchte. Du hast meinen Segen. Was? Quintus stutzte. Lucius nickte bestätigend. Ja, Quintus, du hast meinen Segen. Ich erlaube dir, um Lucius' Hand anzuhalten. Du scheinst mir kein übler Kehr zu sein, ganz im Gegenteil. Ich mag dich. Außerdem würde ich gerne dein Vorhaben unterstützen, in den Cursus Honorum einzusteigen. Da ist es nur hilfreich, wenn ihr heiratet. Langsam aber sicher breitete sich auf Quintus' Gesicht ein strahlendes Lächeln aus. Er wollte schon loslaufen, kehrte aber doch noch einmal schnell um und bedankte sich überschwänglich. Dann rannte er in den Hof, wo Lucia und die anderen warteten, um ihn zu verabschieden. Als Lucius schließlich auch den Hof betrat, sah er nur, wie die beiden sich glücklich küßten. Es freute Lucius sehr, wie glücklich seine Tochter war. Quintus berichtete immer noch strahlend von Lucius' Zustimmung. Aber er machte Lucia nicht direkt einen Antrag. Darüber meinte er, das machen wir irgendwo, wo es romantischer ist. Viel romantischer.